Hallo und herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen mit mir, dem Max und dem neuen Co-Moderator, seit letzter Ausgabe stammmäßig dabei. Hallo Sebastian in Leipzig. Hallo Max in Rostock. Ja, nach Folge 189 bist du heute auch in der 190 dabei, aber für die Leute, die warum auch immer die 189 noch nicht gehört haben, sag mal kurz zwei, drei Sätze zu dir, dann haben wir das schon mal aus dem Weg geschafft. Ja, Stammmoderator bei den Nostromo-Gesprächen, zusammen mit meinen Kollegen dem Udo und dem Fred und ansonsten bin ich freiberuflicher Filmemacher und treibe mich in kurzen, narrativen Stoffen um oder eben halt auch mal Musikvideos bis hin zu Werbung und fotografiere auch sehr gerne und nebenbei habe ich noch so ein Hobby wie Musik und mache ganz viel und kann eigentlich ganz wenig. Und deswegen muss ich halt einen Podcast mich einladen. Naja, kann man ja auch mal machen. Genau, ja einen Rückblick auf irgendwas spare ich mir hier an dieser Stelle natürlich, weil die letzte Ausgabe ist von, wann haben wir, Mai, habe ich die glaube ich rausgehauen, ne? Mai 23, es ist heute, ist, Aufnahmedatum ist der 18. März 2024, damit jeder auch genau weiß, wann wir das hier mal aufgenommen haben. Genau und heute, der folgende Titel, hatte ich schon verraten, geht es um der Suh Usala oder wie es auf der DVD, die hier vorne liegt zumindest steht auf der Hülle, Usala der Kirgise, der Tigerjäger, der Suh Usala. Max, ich habe Fragen wegen dem Titel. Ja, stell die mal. Wie kommt man darauf, dass es ein Kirgise ist? Das habe ich nicht verstanden. Wo kommt das her? Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Das mit der Tiger habe ich noch so, das finde ich, das ist okay. Ich habe aber auch eher so, jetzt geht es schon wieder mit Geografie los, Kyrgyzstan ist doch eigentlich eher so. Nördlich, der Tiger. Ja, ich glaube ich kann es anders. Ach ja, ich habe so gedacht, wir sind irgendwo so im Osten, Nordosten des Russischen Reiches, der Sowjetunion da und irgendwie habe ich Kyrgyzstan irgendwie so mehr in den westlichen Bereich eingeordnet. Ich habe einen Schlagzeugkollegen, der kommt tatsächlich aus, Achtung, Kyrgyzien. Die legen da so viel Wert darauf, dass man nicht Kyrgyzstan sagt, sondern Kyrgyzien. Und ja, nee, es hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. Das ist auch wirklich, wenn ich das richtig gesehen habe, der BRD-Untertitel in der DDR lief ja tatsächlich nur als Der Suh Usala. Genau. Ja, genau, ist von 1977, 75, 75, Dingsaufdruck. Genau, Akira Kurosawa ist der Regisseur, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, diesen Namen. Wir haben auch irgendwo im Archiv tief versteckt, entweder Folge 156 oder Folge 56, glaube ich, steht da in der Folgenbeschreibung, haben wir die sieben Samurai mal besprochen und wir, meint in dem Sinne damals noch Christian. Genau. Wie ist denn für dich so Akira Kurosawa in deiner filmischen Landkarte verortet? Also, da kann ich tatsächlich ein bisschen weit ausholen, denn ich habe jetzt erst vor ein paar Wochen sowas wie eine Autobiografie von ihm zu Ende gelesen. Das ist ein fantastisches Buch, das kriegt man antiquarisch noch, kann man das eigentlich noch ganz gut finden, auch bei Kleinanzeigen, wenn man ein bisschen schauen. Und da kriegt man sehr schöne Snippets aus seinem Leben, bekommt man da mit. Und das hat mir natürlich sehr viel Lust gemacht, dann auch entsprechend die Filme mir dann auch anzuschauen. Deswegen habe ich sozusagen um den Jahreswechsel ziemlich viele Kurosawa-Filme gesehen, unter anderem auch diesen, der Su Usala. Und den habe ich bestimmt schon 20, 25 Jahre lang auf dem Schirm. Den wollte ich schon immer mal sehen. Und als ich den gesehen habe, wusste ich ganz genau, Mensch, der Max müsste den mal besprechen. Deswegen sind wir heute hier. Dachte ich mir so, das ist doch genau der Film für die Wiedererführung. Ja, genau, hast du dich hier gemeldet. Genau, also ich habe bei Kurosawa, ich muss jetzt nochmal hart überlegen, also Sieben Samurai auf jeden Fall, den auch schon zwei oder dreimal gesehen. Dann Ran, mittlerweile glaube ich auch zwei oder dreimal, weil ich den auch aufgeführt hatte. Und danach wird es schon sehr dünn. Kagemusha? Nö, ich meine nicht. Also die Titel sind mir so einigermaßen geläufig, aber gesehen habe ich glaube ich nichts weiter tatsächlich. Christian hatte damals den Träume mal mit vorgeschlagen, aber es war so eine Auswahl, da haben wir dann irgendwas anders gemacht gehabt. Nee, das müsste es tatsächlich, damit war es sozusagen Nr. 3 jetzt. Ah, krass. Und mein Vorwissen sieht so aus, dass ich den, ohne dass ich jetzt nochmal nachgeguckt habe, aber wir haben ja hier gefährliches Halbwissen, ich habe den eben so verordnet, das ist irgendwie so einer seiner letzten Filme oder zumindest in Richtung Spätwerk und eben der erste entweder nicht japanischsprachige von ihm oder der erste eben russischsprachige, eins von beiden. Vielleicht sogar beides, aber irgendwie so, das habe ich irgendwie im Hinterkopf. Also der Film läutet so ein bisschen so das Spätwerk bei ihm ein, das ist kurz nach seinem, also 1971 hat er versucht sich selbst umzubringen, hat einen gescheiterten Selbstmordversuch, weil dieses japanische Filmsystem sich so ein bisschen geändert und gedreht hat, junge RegisseurInnen da Vorzug erhalten haben und es natürlich um Kohle ging. Und sein letzter Film war jetzt nicht so der große Erfolg und ja, das hat ihn so ein bisschen in den Suizid getrieben. Er hat es überlebt und die Sowjets, also damals die Vertreter der UdSSR, die sind tatsächlich auf Kurosawa zugegangen, weil die wussten, dass er sich sehr für russische Literatur interessiert. Und die wussten auch, dass ihm der Suizid salat gefällt und haben gesagt, Mensch, du kriegst hier alles, was du möchtest, dreh uns doch mal bitte diesen Film. Und genau, den hat er gedreht und ich glaube dann 1980 kam dann noch Kagemusha, dann kam Ran und dann kamen schon die Träume. Das heißt also, man kann schon sagen, das ist so Spätwerk. Ja, die DVD verrät auch noch, dass es den besten Foreign Language Film Oscar damals gab. Also noch nicht der internationale Film, sondern noch der beste fremdsprachige Film. Ja, können wir eigentlich direkt reingehen. Ich habe den Film letzten Nacht geguckt und mich auch nicht weiter nochmal groß belesen oder ähnliches. Manchmal käme jetzt hier ja noch der Darsteller oder die Leute vor und hinter der Kamerablock. Habe ich jetzt aber, wie gesagt, nicht groß weiter was. Hast du irgendwas, was du da gerne erwähnen möchtest? Ich würde dann vielleicht im Gespräch einfach da nochmal eingehen, wenn man dann bestimmte Szenen vor ihm, da kann man dann nochmal was sagen. Okay. Und dann natürlich die große obligatorische Frage, möchtest du irgendwie den Inhalt zusammenfassen oder? Ja, kann ich machen. Ich habe da was rausgesucht, denn wir beide haben die restaurierte Fassung von Trigon, haben wir gesehen. Und die haben auf ihrer Webseite eine schöne Zusammenfassung und die kann ich mal kurz vortragen. Es wird auch so schön übertitelt mit Im Einklang mit der Natur. 1902 begibt sich der Forscher, Wladimir Arsenjev, auf eine Expedition in unwegsames Usuri-Gebiet. Er soll noch unerschlossene Gebiete der Taiga kartografisch erfassen. Auf dem teils mühvollen Weg durch die dichten Wälder begegnet er eines Tages dem alten Nomaden Dersu Ussala, der sich mit dem Trupp als Führer anschließt. Und die Städte durch die Natur zu gleiten. Den Satz lese ich nochmal vor. Und ich schneide nichts raus. Sehr schön. Auf dem teils mühvollen Weg durch die dichten Wälder begegnet er eines Tages dem alten Nomaden Dersu Ussala, der sich mit dem Trupp als Führer anschließt und die Städte durch die Natur gleitet. Mehr als einmal rettet Dersu die Gruppe vor dem sicheren Tod. Jahre später, als Ussalas Augen schwach werden, lädt Arsenjev ihn in sein Haus ein. Sehnsüchtig sitzt der Mann aus der Wildnis vor dem Ofen gebändigten Feuer. Der Mann aus der Natur glaubt, ersticken zu müssen und er zieht sich wieder in die Taiga zurück. Ja, Dersu Ussala, das ist eine ziemlich passende Beschreibung oder ist eine korrekte Beschreibung und erzählt wirklich fast bis an den Schluss des Films. Ich war tatsächlich nochmal wieder minimal überrascht, hätte ich mir eigentlich vorher denken können, dass es wieder eine, in Anführungszeichen, Zweiteiler ist. Also dass der ja eigentlich auch mit Pause anscheinend ist oder mit Intermission. Ja, was das aber sehr gut nochmal gemacht hat, so dass man da eben nochmal eine kurze Pause einlegen konnte am Ende von Teil 1. Weiß ich nicht, hast du den jetzt denn schon mehrmals gesehen? Ja, im Jahreswechsel habe ich den sogar auf YouTube gesehen. Also das Mos Films, die den ja produziert haben, die haben einen YouTube Kanal und da kann man ziemlich viele Filme wie Starker zum Beispiel oder Solaris, kann man sich das anschauen, unter anderem eben halt auch den Dersu Ussala. Und der ist dann mit englischen Subtitles. Da habe ich mich ein bisschen durchgequält, das liegt aber nicht an der Sprachbarriere, sondern vielmehr daran, dass die Subtitles ein bisschen versetzt sind und der Informationsgehalt immer erst ein bisschen später kommt. Und das war dann schon ein bisschen nervig, trotzdem hat es dem Film jetzt nicht geschadet. Und dann dachte ich mir, okay, ich will den aber gerne für die Sammlung haben und da ging es eigentlich schon los, welche Version kaufe ich mir. Und weil ich aber schon ziemlich viele Filme von Trigon habe und ich immer gut zufrieden bin mit den Versionen, die dort haben, da dachte ich mir, jetzt holst du dir so eine DVD. Also für eine DVD auch trotzdem nicht günstig, so irgendwas um die 20 Euro knapp. Also das finde ich ganz schön happig, aber der Film ist trotzdem toll. Die Untertitel sitzen und das hat mir tatsächlich nochmal ein bisschen ein besseres Filmerlebnis nochmal zusätzlich beschert. Achso. Wenn du sagst jetzt 20 Euro, also ich habe die auch. Ich weiß gar nicht, also ich sage immer Trigon Film, weil das ja Schweizer sind, ich weiß es aber auch gar nicht genau. Und habe sozusagen deren in Anführungszeichen Partner in Deutschland, ist ja Kai Ross Filmverleih und habe bei denen im Shop das bestellt. Da war es glaube ich 15, 16 Euro plus Porto. Aber ich meine gut, am Ende. Ich hatte geguckt, ich glaube, es gibt irgendwo oder es gab international mal irgendwo Blu-Rays, aber die schienen mir auch schon nicht mehr überall verfügbar zu sein. Und dann bin ich so den Mittelweg gegangen, das ach na gut, so doll muss jetzt auch nicht sein. Hoffen wir mal, dass die DVD einigermaßen durchhält. Nee, die ist super. Was ich immer gehört habe, ich weiß nicht, ist dir bestimmt ja auch aufgefallen. Ich bin mir mit dieser Abtastung von dem Film überhaupt nicht sicher, wie die das gemacht haben. Also was dieses Master eigentlich ist. Der Film hat gerade in der ersten Hälfte so ein paar merkwürdige Artefakte, so in der Mitte des Bildes. Und da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob die das so ein bisschen gemacht haben mit, wir filmen eine riesengroße Leinwand ab mit hochauflösenden Kameras und spiegeln am Ende das Bild und nutzen das als Master. Oder ob die das tatsächlich eingescannt haben, aber dann nichts wirklich gemacht haben. Also das ist irgendwie, wie als wären da irgendwie Lichter von irgendwelchen Projektoren im Hintergrund. Aber ich, weißt du, was ich meine? Nee, ich überlege gerade, welche Szene. Und mein Grund ist, ich habe mir überlegt gerade, wenn sie, glaube ich, da auf dem See stehen, dass da so eine, ich sage mal Streifen sind. Aber das habe ich so als, das ist das Material. Also ich bin auch der Meinung, dass es nicht so super aussieht. Also dafür, dass eben restaurierte Versionen dran klebt, habe ich es gedacht, na gut, da ist, da kenne ich bessere Restaurierung, sage ich mal so. Aber weil du sagst ja, du bist mit denen eher zufrieden. Ich kann mich entsinnen, dass ich bei Stalker, da hatte ich, glaube ich, das Problem, dass das mit der Farbe irgendwie nicht so war. Also das, da war, glaube ich, wie war denn das? Das war nicht Sepia, sondern Schwarz-Weiß. Und ich meine, bei Sieben Samurai war die Intermission so draußen. Aber das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Auf jeden Fall hatte ich da so dezente Sachen im Hinterkopf, wo ich dachte, mm, 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 auf jeden Fall, finde ich deren Anliegen auf jeden Fall ganz grundsätzlich gut. Das ist ja, glaube ich, auch eine Stiftung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also man kann denen auch spenden und so. Und bin auch froh, weil die sich ja eben sehr für das, ich sage jetzt mal Weltkino engagieren hier, Trigon-Film. Aber so, wenn ich dann mal was davon mir angeschaut habe, habe ich gedacht, okay, da gibt es andere Player international, die da schon noch mehr Qualität bieten. So drücke ich es mal aus. Ja, also normalerweise Film wirklich Frame für Frame einscannen und dann wirklich halt knallhartes Polieren. Also wirklich Einzelframe für Einzelframe bearbeiten. Und das ist natürlich super aufwendig. Und da weiß ich nicht, ob diese Form von Aufwand von so einem kleinen Lebe wie Trigon, ich sage jetzt einfach auch mal Trigon, der Trigon überhaupt betrieben worden ist. Oder ab dem wir sagen, wir nehmen jetzt das Mast, was überall im Umlauf ist, lizenzieren uns das und hauen da unser Label drauf. Also das... Wie gesagt, kann ich auch tatsächlich nur spekulieren, wie das so dahinter aussieht. Hatte, wie gesagt, nur diese beiden Erlebnisse. Und wie gesagt, möchte ja den Einsatz auch gar nicht schmälern. Aber es waren so Momente, wo ich dachte, okay, da muss ich nochmal was woanders mit der Quelle besuchen. Aber ja, genau, der Usala, auf jeden Fall ist es guckbar. Aber ich glaube auch, wenn da nochmal irgendjemand beigeht, der ordentlich Geld hat, dann kommt da auch was Schönes raus. Das wäre jetzt natürlich nochmal die Frage, wenn du sagst, du hast es bei YouTube dir angeguckt, würde mich jetzt wirklich doch ein bisschen interessieren, ob du da jetzt sagen könntest, sah er anders aus oder... Nee, das sah ziemlich identisch aus. Na, dann ist das wahrscheinlich erstmal so. Wenn da nicht jemand nochmal irgendwie richtig beigeht und sich richtig viel Zeit für den nimmt. Ich denke auch eher Letzteres. Man müsste natürlich jetzt im Vergleich noch die Criterion-Version sich vielleicht mal anschauen. Vielleicht hat er ja einer der ZuhörerInnen da draußen da vielleicht die Version sogar schon gesehen. Vielleicht kann man da einen Vergleich machen. Aber da nochmal jetzt 25 Euro für die Version nochmal zu investieren, weiß ich nicht, ob ich das gerade möchte. Obwohl es der Film wert wäre, muss ich dazu sagen. Ja, das kann man schon mal so festhalten. War eine lohnende Ausgabe. Ja, wo wollen wir denn mal einsteigen bei diesem Film? Wie bist du wieder auf ihn gestoßen? Das ist ja schon klar. Du hast dich mit Kurosawa beschäftigt. Und war das für dich ein typischer Kurosawa-Film? Also ich nehme jetzt mal an, du hast nicht den als erstes von ihm gesehen? Oder hast du irgendwie schon feststellen können, auch da ist was anders oder irgendwie? Also mein erster Kurosawa habe ich auch sehr spät erst gesehen, in meinen Zwanzigern, mit Ende Zwanzigern. Das war die Sieben Samurai. Und habe seitdem die, ich sage mal so, die größeren Filme soweit alle durch. Jetzt auch erst vor kurzem Raschumwohnen das erste Mal gesehen. Und als ich den angemacht habe, also ich weiß, dass ich den schon sehr lange sehen wollte. Und ich weiß auch, dass meine Eltern, also gerade meine Mutter den damals gesehen hatte, als der rauskam. Die war damals im Kino. Und die hatte auch ziemlich häufig auch mal von dem Film erzählt, weil sie von den Bildern von der Taiga gesprochen hatte. Und dass man das ja nicht so schnell zu Gesicht bekommt. Und das brennt sich natürlich in so ein Kinderhirn irgendwie ein. Und dann guckt man dann immer so ein bisschen so in die Fernsehzeitung als Kind. Und dann sieht man dann irgendwo, lief dann mal dieser Film und dann hat man ein Bild gesehen. Und dann hat man doch nicht aufgenommen. Und dann gerät er in Vergessenheit. Und jetzt habe ich den halt gesehen. Und der fühlt sich irgendwie wie so ein, der fühlt sich schon wie so ein sowjetischer Film dieser Zeit an. Und gleichermaßen aber irgendwie auch nicht. Das ist so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich weiß ja nicht, wie dir es geht. Aber ich musste hin und wieder so an den einen oder anderen Tarkowski denken. Und trotzdem habe ich hier ein bisschen mehr, ich sage mal ein bisschen mehr Dynamik, mehr Action. Ich habe hier so einen Abenteuerfilm, der nicht auf vier Stunden ausgewalzt ist, sondern auf zweieinhalb Stunden. und eine andere Bildsprache als dieses opulente russische Kino der damaligen Zeit. Das ist irgendwie eine sehr interessante Mischung, wie ich finde. Aber das könnt ihr mir jetzt nicht mit Ran oder mit Kagemusha zum Beispiel vergleichen. Also jetzt von der Optik her. Das ist irgendwie ganz anders. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass wirklich so dieses, was er auch gesagt hat, der hatte das in den 50er Jahren schon vor, das zu verfilmen. Und das wollte das adaptieren für den japanischen Raum, hat aber schnell festgestellt, das funktioniert nicht mit der Natur in Japan. Das müsste man dort drehen. Und da hat er eben halt recht behalten. Also der Hauptdarsteller in diesem Film oder die Hauptdarstellerin ist ja wirklich die Taiga. Das ist was ganz Besonderes. Und deswegen fällt es mir schwer, wirklich diesen Film da in seiner Biografie irgendwie mit etwas anderem zu vergleichen. Man hat schon ein paar Versatzstücken drin, die zum Beispiel an Rashomon erinnern. Aber ansonsten ist der sehr eigenständig. Und das ist ja auch der einzige fremdsprachige Film, den er gemacht hat im Ausland. Also im nichtjapanischsprachigen Ausland. Und irgendwie merken wir das den Film auch an. Gut, dass du gerade nochmal Rashomon erwähnt hast. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich nämlich auch gesehen einmal. Das ist mir dann eingefallen. Ja, ich hatte eigentlich keinerlei großartige Berührungspunkte, außer insofern, dass ich irgendwann mal eben beim Überfliegen der Filmografie auf den Titel gestoßen bin. Und das irgendwie, wie das ja eigentlich schon mal erwähnt, so im Hinterkopf hatte, das war irgendwie der nichtjapanische oder der, den er dann immer im Ausland gedreht hat. Und genau, hatte also auch gar nicht so groß irgendwie Erwartungen. Würde dir zustimmen, dass man dem, vielleicht liegt es auch eben an der Qualität, in der sich eben das Master da befindet, dass man dem irgendwie ansieht, dass das ist ein russischer Film. Wobei ich auch eigentlich ja nur so ein paar von den Märchenfilmen kenne. Also hier Abenteuer im Zauberwald und solche Sachen, die aber, nehme ich einfach mal an, ähnliche Kameras verwendet haben und deswegen natürlich dann auch dementsprechend aussehen, ohne es jetzt genau belegen könnte. Ja, und da kommt natürlich auch dazu, dass auch das hier eigentlich fast alles, glaube ich, wieder nachvertont war. Das dann auch manchmal ein bisschen anders klingt als manch anderes. Ja, fand auch, der hat sich gut weggeguckt, war ich tatsächlich irgendwie wieder überrascht. Das ist ja, kennst du ja vielleicht auch, dass man manchmal so denkt, so okay, den Film heute, naja gut, weiß ich nicht, vielleicht kriegt er mich nicht oder so oder ist jetzt nicht so das Thema für den dreistündigen In-die-Nacht-Hinein-Abend oder vielleicht doch was in Anführungszeichen Unterhaltsameres, Leichteres nehmen. Ja, und dann haut er wieder so ein Ding raus einfach. Unfassbar, dieser Kurshaber. Wie sagt man so, zweieinhalb Stunden ist ja auch ein Invest. Also das ist ja meine wertvolle Zeit. Und ich würde so weit gehen, man kann zweieinhalb Stunden definitiv schlechter verbringen, aber der Film ist es auf jeden Fall wert. Und es fühlt sich, also mir ging es jetzt bei der Zweitsichtung, es fühlte sich nicht an, als hätte ich gerade zweieinhalb Stunden Film gesehen. Gerade auch im ersten Kapitel, das hat sich ja wirklich, das hat mir richtig reingesogen. Ja, und genau, diese Struktur, wie gesagt, die hilft ja auch gut dabei. Also gerade, dass man so hat eine Stunde und dann ist Ende, erster Teil wird so eingeblendet. Zumindest der Untertitel sagt mir das. Und ja, er hat also, oder ist mir dann auch eingefallen, stimmt, bei Stalker war das ja auch so, ist jetzt nicht von ihm, aber eben auch wieder russischer Film. Und bei den indischen Filmen ist das ja heutzutage auch eigentlich die Regel, die gehen ja auch meistens so zweieinhalb, zweieinhalb, dreiviertel Stunden, aber eben alle mit der eingeplanten und mitgedachten Pause, dass man da also auch quasi, wie es die Binge-Watcher kennen, immer mal eine kurze Unterbrechung hat bei Serien. Das macht ja auch Sinn. Das ist ja so eine typische, dieses Totschlagung-Moment, warum sollte ich mir einen zwei, drei Stunden Film anschauen? Und dann guckt man sich aber hier eine ganze Serie, eine ganze Staffel dann einfach mal schnell weg in zwei Tagen. Und ja, daher. Genau, und ich bin mittlerweile auch so an dem Punkt, dass ich mir sage, der Film geht so lange, wie er geht und ob er sich das eben verdient oder nicht, das werde ich dann beim Gucken feststellen oder, genau, stelle ich beim Gucken fest und fertig. Also es ist eh dieses Denken von wegen, ah, habe ich jetzt so viel Zeit und ja gut, dann habe ich wieder eine Stunde am Handy verdattet oder sonst was. Ist jetzt auch nicht der Unterschied. Ich versuche mich immer wieder mal davon zu lösen, dieses, wie lang geht dieser Film eigentlich? Gerade wenn ich jetzt auch mal hier bei uns in den Multiplex-Kinos bin, da ist ja dann eh, okay, kannst du mal 20 Minuten Werbung vorne drauf und das ist ja eh, man nimmt sich die Zeit und fertig. Korrekt. Ja, das Ganze basiert, ich bin nicht ganz sicher, ob das ein autobiografisches Werk ist, des Hauptmanns. Also es ist nicht komplett ausgedacht, sondern ist schon, er heißt ja auch so, wie er heißt, also Hauptmann Artemjev, Artemjev, irgendwie so. Arsenjev. Arsenjev, genau, hat also anscheinend damals protokolliert, was er so gemacht hat, als er expeditioniert hat, Anfang des 20. Jahrhunderts und das ist hier eben die filmische Umsetzung. Wie findest du diesen Kniff, in Anführungszeichen, dass wir quasi, ich überlege jetzt selber, eine Fremdperspektive auf den Hauptcharakter haben oder ist der so eine Figur, die neben unserem Hauptcharakter auftaucht? Wie würdest du dir das, wie schiebst du dir das hin? Also ich finde die Frage tatsächlich dahingehend spannend, da Arsenjev, der ja jetzt in Anführungszeichen der Hauptdarsteller ist, von dem wir eigentlich fast nichts mitbekommen, der ist zwar ständig im Bild, aber wir erfahren fast gar nichts von ihm und selbst wenn wir bei seiner Familie sind, erfahren wir nicht wirklich viel von ihm. Das Einzige, was wir sehen, ist, wie er durch Wälder geht, wie er die Natur sich anschaut und dann sehen wir halt der Suh und dann sehen wir durch seine Augen sozusagen der Suh und für mich ist der ja dann nicht nur der Namenstitel, sondern auch wirklich der Hauptdarsteller des Films und ich finde das irgendwie so spannend, dass der Arsenjev eigentlich nur dafür, da ist, um uns der Suh zu zeigen. Das finde ich halt spannend. Normalerweise, wir bräuchten ein bisschen Charakterisierung von dem Arsenjev, aber da wird uns ja wirklich so fast gar nichts mitgegeben. Das ist ein bisschen, es fühlt sich also wie Slice of Life an und die ganze Poesie dieses Films, die kommt eigentlich nur von dem Der Suh und ich weiß nicht, ob das deine Frage zufriedenstellend beantwortet, aber ich finde vor allem schon wirklich diese schreiberische Perspektive finde ich schon interessant, wie das gemacht ist, dass du diesen Erzähler im Film halt die ganze Zeit hast, weswegen das für mich zum Beispiel auch mit diesem Voice-Over, der ab und zu noch ein bisschen mit reinkommt, auch so gut funktioniert hat. Ja, das habe ich, also ich habe mir so überlegt, mir gefällt der Film eigentlich und heute so ein bisschen zu versuchen, irgendwie hier wieder so zu zerpflücken, wie kann man eigentlich dazu, oder wie könnte man dazu kommen, dass das eigentlich vielleicht auch doch nicht so toll wäre und warum ist aber eben das trotzdem dann stärker, wie zum Beispiel eben dieses, also wir haben jetzt einen Erzähler, der aber gleichzeitig eben auch da ist und ist das nicht vielleicht dann eigentlich ein bisschen schlecht filmisch umgesetzt, wenn er es nicht schafft, uns durch das, was sich eben im Film ereignet, das zu erzählen, also wozu brauche ich diesen Voice-Over, aber ich finde insgesamt geht das eigentlich alles klar soweit. Was für mich natürlich gleich war mit diesem Auftakt, wir starten 1910, einen Namen habe ich direkt wieder vergessen und dann dieses, ja hier, wo ist das Grab meines Freundes und ich habe, ja, also ich versuche natürlich dann immer irgendwie, okay, mit welchem Film kriege ich das verglichen oder woran erinnert mich das und sonst wie und muss dann irgendwie an Spiel mit das Lied vom Tod denken in der Hinsicht, dass wir ja nicht den Wilden Westen haben, aber eine Art unentdeckter weißer Fleck auf der Landkarte wird hier, soll hier eben kartografiert werden und wir haben jetzt so eine Expedition, so eine, sind nicht Cowboys, sind halt Soldaten im offiziellen Auftrag, aber die sozusagen, ja genau das kartografieren sollen und eben wahrscheinlich mit dem Anliegen, dass da dann Zivilisation angesiedelt werden soll und nicht mehr in Anführungszeichen die Wilden da leben, dass hier also so eine, ja, nicht Zeitenwende, so ein neues Kapitel Anfang wird für diesen Raum der Natur, der da jetzt eben besiedelt werden soll und diese, dieser Übergang von nomadischem Leben zu dem häuslichen, örtlich gebundenen, in großen Anführungszeichen für uns normalerem Leben, sage ich mal. Das ist ja so das, was er im Großen erzählt und eben anhand dieses, dieser Einzelnen, dieses Einzelschicksals von der Sue oder dieser Einzelschicksale eben mit Arsenjew noch dazu und was das eben für Welten sind, die da aufeinandertreffen. Also das ist ja so typisch so dieses, die große Thema von Kurosawa, der dieses, diese Modernisierung, dieses technokratische, dieses Erweitern, dieses immer weiter von der Natur wegentwickeln immer angekreidet hat und in diesem Film sozusagen auf die Spitze getrieben hat und man, der Film fängt sozusagen eigentlich mit der Besiedlung von einem obergemachten Gebiet halt an, das war ja irgendwann mal alles, alles sehr Wald und Natur und jetzt sieht man dort sozusagen die ganzen gefällten Bäume und das wird auch alles so beiläufig gemacht, also man fragt, wo ist denn das Grab und der so, das ist bestimmt hier irgendwo, guck mal bei dem Baum da, vielleicht irgendwo da, also das ist denen schon egal, weil die haben hier andere Sachen zu tun und da wird eigentlich schon die Tonalität eigentlich schon ganz klar hingelegt, was du schon richtig gesagt hast, der, dieser, dieser gleich eben halt Natur versus eben halt urbanes Leben, das finde ich eigentlich ganz gut, es hat so ein bisschen Anflug von, von ein bisschen Rahmengeschichte, aber ist ja keine Rahmengeschichte, weil zum Ende wird ja diese Zeit, Episode von 1910 nicht nochmal neu aufgegriffen, sondern wir kommen ja tatsächlich dann zu dem, enden hier mit dem Punkt, Achtung, Spoiler, wenn der Arsenif ja dann gerufen wird zu Usalas Beerdigung mehr oder weniger, also er wird gefunden und wird auch gleich sofort beerdigt, das fand ich auch schon ganz schön niederschmetternd. Ja, also einerseits war es so für mich mit diesem Anfang 1910, okay, er sucht nach dem Grab, okay, also der Suh ist schon tot, da wird es also keine, keine Spannung geben, wie das in der Hinsicht ausgehen wird für unsere Titelfigur und genau, wie du eben sagtest, wir enden dann ja filmisch am Grab, aber eben nicht in der Zeit, in der wir begonnen haben, sondern eben zwei oder drei Jahre früher, war das ja 1907, 1908 irgendwie und ja, was ich dann natürlich so interessant finde, ist eben dieser Anfangsdialog, hier wurde angesagt, hier sind, oder so habe ich es jetzt eigentlich, hier sind keine Gräber, keine Ahnung, konntest du hier umgucken und so, also was das also einerseits bedeutet, innerhalb dieser zwei Jahre, wie viel sich an diesem Ort direkt verändert hat und vor allen Dingen eben auch so dieses, wir sehen es ja da hinten raus, es gibt gar nicht so den, also für uns wäre so ein Grab oder ein Grabstein auf einem Friedhof ist so dieser Erinnerungsort, an dem man sich dann auch wieder begeben kann und weiß, hier ist das so und der Dersu hat zwar auch so irgendwie eine Art Grab bekommen, aber, und das ist jetzt vielleicht auch so eine poetische Sichtweise dann, er ist jetzt wieder eins mit der Natur und deswegen gibt es vielleicht nicht den einen ganz konkreten Ort, das Grab, sondern da in dieser Taiga, die jetzt eben der Umwandlung, der Transformation begriffen ist, da ist er in Anführungszeichen zu finden, sein Geist ist hier überall, so sage ich jetzt mal, ist er vielleicht dann für diese Form, die er gelebt hat, ja auch wieder sehr passend oder vielleicht möchte ich mir das nur so romantisch dahin erklären. Also ich würde jetzt mal so weit gehen, also das hat ja die Sowjets beziehungsweise die Russen dieses Thema mit dem Dersu und Sala schon sehr lange und sehr weit beschäftigt, weswegen der ja auch in den 70ern und Arseniv ja dann wirklich dort ein Grab ja bekommen haben, also es gibt so einen Gedenkstein, da ist in dem, in dem Ort seine Ermordung, das ist hier Kofovsky oder irgend so was heißt der, da ist der aufgestellt und das war ja auch eine große Literatur, also dafür, dass es ja nur ein Bericht war halt, aber so schön geschrieben die Geschichte, als die Leute auch außerhalb der Sowjetunion ja auch offensichtlich und nachweislich ja beschäftigt und eben halt weiter wahrscheinlich genau das, was du auch beschreibst halt mit drin ist, dieser Geist, dieser Spirit von dem Dersu, der dann halt in den, in der Taiga sozusagen noch lebt und ich finde das in dem Film aber auch gut dargestellt, also gerade die begegnen dann mit dem, mit dem Amba, mit dem Tiger, die das dann nochmal unterstreicht. Ja, das war auch, mit Amba war ich auch so, okay, was ist jetzt Amba, was ist Amba, na mal gucken. Ja, dann ist auch wieder so diese, diese Jagdphilosophie oder diese, ist ja auch Teil dieser Lebensphilosophie, Tiere zu erschießen oder wird eben immer wieder ja aufgegriffen, also ne, wen, wofür jagt man, wie viel und sowas und wird ja auch der, als Negativbeispiel hier diese zurückgelassenen Fallen und Gruben werden ja genannt und dann eben ja den Tiger, den erschießt man nur ausnahmsweise gar nicht. dem ruft man erstmal nur zu, geh weg. Das fand ich auch, hey Tiger, was machst du hier, wir haben doch gar nichts mit dir gemacht, geh doch wieder hopp hopp und dann, wenn er ihnen dann erschießt du dieses, ein Omen, ein Vorausdeuten für der so zumindest ist ja. Aber das sind natürlich halt auch diese, also was du ja gesagt hast, mit den Fallen zum Beispiel, warum jagen, wenn man nichts mehr braucht und so andere Sachen halt, das richtet sich schon an unsere Gesellschaft eben halt, wo wir über das hinaus eigentlich produzieren, jagen und töten, also was wir eigentlich bräuchten. Wenn man sich einfach nur anschaut, zum Beispiel Lebensmittelverschwendung, wie viel Lebensmittel wir eigentlich im Monat, im Jahr überproduzieren und dann wegschmeißen zum Beispiel. Das gab es damals auch schon und das ist ja nur nichts Neues, aber es hat man dann in solchen kleinen Themen drinnen, ohne mit der Keule jetzt erschlagen zu werden und ich finde auch diese kleinen Anspielungen eben halt auf dem Miteinander mit der Natur, wo die da einfach nur am Feuer sitzen, das ist eine ewig lange Einstellung, die versuchen zu schlafen, dann hören die irgendwelche Geräusche und das Feuer knistert und dann wird es ein bisschen lautes Feuer und der Dersu erkennt sofort, dass halt wahrscheinlich einfach nur ein nasser Stock drinnen und macht den ein bisschen trocken und dann ist das Feuer wieder ein bisschen ruhig und diese fast schon kauzige Art, wie das dargestellt ist, die bringt dieses Naturverbundensein noch auf so eine andere Ebene, also die macht das so noch ein bisschen fühlbar, dass du nicht das Gefühl hast, das ist so ein Nomade und der ist ein bisschen splinig und lebt in seiner eigenen Welt, sondern ich fühle das irgendwie mit diesen kleinen Beobachtungen. Ne, er ist sehr gut an seine Umgebung angepasst, er sieht ja oder sie alle, wie ist das immer, wir schauen den gleichen Film, aber wir sehen natürlich nicht dasselbe und so gucken die natürlich alle dahin und dann kommt er ja, das ist hier ein Chinese gewesen, woher weißt du das, ja hier, Fußabdruck und da ist ein bisschen Wasser in dem Abzeichen und dieses und jenes oder wie sagt ihr mit dem Stock und so, also dass er sehr genau oder er weiß, worauf er achten muss und wie man die Zeichen zu lesen hat, dass eben nicht hier nur Bäume liegen oder wir kommen gleich an eine Hütte, woher weißt du das, ja hier, die Rinde vom Baum ist ab und so ein bisschen kommt bei mir natürlich so durch so, ja okay, Sherlock Holmes ist ja auch der, der immer die ganzen Details erkannt hat, also einer, der genau hinguckt und sich eben Gedanken macht da auch über diese ganzen Details und sowas und du hast es gerade schon auch angesprochen, hier, wenn sie schlafen wollen, ich finde ja die Einführung von dem der so sehr interessant in der Hinsicht, dass, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die erste Nacht ist, aber der Arsenjev erzählt ja dann so, ja hier, das war schon fast märchenhaft und dann sehen wir so den dunklen Himmel oder sozusagen schwarz im Hintergrund und vorne ein paar dicke Äste, die richtig feuerrot sind, so, wir kommen jetzt in eine andere Welt, eine Märchenwelt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die gleiche Szene ist und dann versuchen sie ja so zu schlafen, ihm fallen die Augen zu und in der knallharten Theorie könnte man jetzt rausfeuern, okay, ab hier ist alles nur noch geträumt, was jetzt passiert, dass er aufwacht, ist sozusagen auch nur, er ist im Traum und dann taucht eben dieser Dersu auf in dieser, in diesem Spannungsfeld zwischen Wachsein und Traum und Märchenwelt und Realität kommt jetzt hier dieser Charakter, also so wird das zumindest aufgebaut, und ja, es ist dann natürlich schon die normale, echte Realität, die Natur, aber ich glaube, er bedient sich da dieser Elemente mit dem, ja, der Nähe zum Fantastischen, sage ich jetzt mal und das hat mir sehr gefallen, fand ich sehr interessant. Also, ich finde das spannend, dass du das sagst, ich hatte das alles, weil er die ganze Zeit ja auch noch Notizen macht und auch extra so reinschreibt, hier könnten sich die Hexen der Welt treffen und ihren Platz machen, dass es einfach nur ein Kommentar war, es war wirklich einfach nur ein Kommentar, eine Beobachtung und die musste in den Film mit rein, um so ein bisschen so diesen poetischen Unterton des Films noch so ein bisschen so zu unterstreichen, weil an anderen, keinen anderen Stellen in diesem Film, der so eine, so eine, so eine träumerische, so eine träumerische Welt halt aufbaut. Deswegen finde ich es gerade interessant, was du sagst, weil das würde so auch schon, würde so tatsächlich auch schon funktionieren. Gerade wenn wir dann, ich würde sagen, auf die Highlight-Szene des Films kommen, die hat auch fast schon was träumerisches irgendwie und am Ende wacht der, der dann ja auch auf, die auf dem zugefrorenen See. Du weißt, welche ich meine? Ja, also quasi das große Finale von Teil 1. Exakt das halt. Das ist für mich auch, ich sag mal so, das ist auch der Grund, warum man sich diesen Film eigentlich anschauen sollte, wegen dieser wahnsinnig langen, fantastischen Szene. Wie sie gefilmt ist und was das für Bilder sind, wie die mit Soundeffekten, Musikarbeiten, was das für ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein muss, das überhaupt zu drehen. Und das wirkt teilweise wirklich echt wie in so einem Fiebertraum. Deswegen finde ich es cool, dass du das gerade gesagt hast, weil da könnte man wirklich sagen, jetzt hat er fertig geträumt und es wird in der Realität angekommen nach so einer Erfahrung. Die ist ja, würde ich schon sagen, das verändert wahrscheinlich ein Leben, so eine Erfahrung. Ja, aber es ist dann stimmt, das mit den Hexen und Walpurgisnacht hatte ich schon wieder vergessen. Aber genau, es sind immer wieder so Elemente, wo sozusagen, ich nenne sie jetzt mal, die Städter eben versuchen, sie sind jetzt in der Natur und wie gesagt, es kommt immer so dieser Anflug des Fantastischen hinein, eben Hexen Walpurgisnacht, es sieht aus wie ein Märchen, sie sind gerade dabei einzuschlafen oder schlafen gerade, dann kommt diese Figur aus der Natur, so dann dieses Zusammenbrechen da auf dem See, ja genau, also es zieht sich schon durch. Ich überlege gerade, ob das im zweiten, also innerhalb dieses zweiten Teils dann auch nochmal aufgegriffen wird, aber das ja dann vielleicht ist eben genau ja das Gegenteil, dadurch, dass wir dann in die Zivilisation kommen, streckenweise, dass das da dann eben nicht mehr so stark ist und dieses märchenhaft Fantastische eher eben deswegen im ersten Teil ist, weil es da noch das Unbekannte ist und im zweiten Teil ist natürlich auch noch nicht alles bekanntes Gebiet, aber wir haben jetzt sozusagen die Wiederholung des ersten Teils mit der Variation, okay, wir haben jetzt die Vorstellung, wir kennen schon so ein paar Sachen da und verliert dann vielleicht auch auf gewisse Art und Weise ein Stück des Zaubers und dieses, des Unbekannten, des Neuen. Ja und was du gesagt hast gerade mit den Bildern, also ein Bild, was mich da so wieder völlig aus den Socken gehauen hat, war das, wo sie, also Arsenjav und Dersu stehen einfach da und ich weiß gar nicht, die Sonne geht gerade unter und der Mond ist aber auch schon am Himmel, fand ich auch, hat mich hier an den Star Wars Moment erinnert, weil eine neue Hoffnung, wenn Luke einfach in die Ferne guckt und die Musik aufspielt und die beiden Monde zu sehen sind. Ich bin mir sicher, das ist kein Zufall, dass das bei Star Wars drin ist, weil Lukas ist ja nachweislich ein riesengroßer Fan von Kurosawa gewesen und ich kann mir das gut vorstellen, dass das bewusst mit drin ist, aber das ist, also so eine fantastische Einstellung und allgemein, wie überhaupt mit dem, mit der Sonne gearbeitet wird in dem Film, das finde ich spannend. Also gerade exemplarisch für diesen gesamten Film ist diese Eisszene, vielleicht ganz kurz ein bisschen was zum Hintergrund, die wollen, glaube ich, die suchen einen bestimmten Punkt und dann wollen die sich wieder mit ihren, mit dem anderen Teil des Trupps wieder treffen und haben sich verlaufen, weil der Wind die Spuren verweht hat und die befinden sich auf einem riesengroßen zugefrorenen See und es dämmert langsam, die Sonne geht langsam unter und die begreifen schnell, wenn wir jetzt nicht irgendwas tun, dann werden wir hier sterben und dann sammeln die. Vorhin zieht auch ein starker Wind auf. Genau. Das kommt auch so. Genau, das zieht ein starker Wind auf und dann sammeln die so eine Gräse ein, Gräse oder was ist das, so eine Halme, was würde das sein? Ja, Schilf. Irgend so was, ja, genau. Das sammeln die halt ein und daraus wollen die sozusagen eine Notunterkunft bauen und dabei bricht dann der Arseniev dann zusammen und dann haben wir einen Schnitt und dann sehen wir ihn dann in so einer kleinen Hütte liegen, wo er dann geweckt wird und dann sieht man dann halt, dass dann der, der Su dann, nachdem der Arseniev dann zusammengebrochen ist, wohl in der Nacht noch schnell diese Hütte fertig gebaut hat und als Kernstück hat er von dem, diesen Kartografen genommen, was ja auf so einem Tripod ist, ne, und hat er sozusagen das Dach drumherum gebaut. Das fand ich, das war wirklich echt eine fantastische Szene und vor allen Dingen, wie die da gegen die untergehende Sonne da gedreht haben mit den Lensflares und das jedes Mal, wenn da die Linse, die Sonne streift und der Lensflair entsteht, dann kommt da noch so ein cooler Soundeffekt noch dazu, was so ein bisschen noch diese Bedrohung noch mal der Sonne und der untergehenden Sonne, was das bedeutet, noch mal zum Ausdruck bringt. Also das ist ganz fantastisch. Ja, du hast gerade dieses Kartografiergerät mit angesprochen hier, ich weiß gar nicht, ob das so eine Art Feldstecher ist eben mit dem Stativ. Finde ich in der Hinsicht auch einen interessanten Aspekt, dass der Su das Ding ja nachher, oder nachher, dass der relativ schnell das Ding sehr viel rumschleppt, also auch quasi ein Gegenstand, der von, in Anführungszeichen, der Zivilisation zu ihm gebracht wird und er, da er dann diesen Trupp anführt, das sehr oft in der Hand hat. Ich überlege gerade, das Gewehr ist eigentlich so ziemlich das einzig andere, was er jetzt nicht selbst geschaffen hat, nach meinem Gefühl. Also ich würde sagen, die Kleidung und so, die wirkt auch eher so wie, da hat er, also er treibt ja auch Tauschhandel und so, so ist es jetzt nicht, aber das wird auch so, die könnte er sich selbst gemacht haben aus eben Tierhäuten und Almen und Fällen. Also wenn der jagt, dann tauscht der ja ein und dafür kriegt er dann Munition oder eben halt auch ein Gewehr oder irgend sowas. So war es halt. Das mit diesem Feldstecher zum Kartografieren, das habe ich tatsächlich so verstanden, dass ja der Arsenjiv am Anfang immer damit rumrennt, weil er den Durchblick hat und danach gibt er den Staffelstab einfach an denjenigen ab, der tatsächlich einen echten Durchblick hat und der dann auch diesen ganzen Trupp hier dann führt. Und das fand ich tatsächlich ganz cool, dass du dann aber so ein visuelles Moment hast, nochmal, um das nochmal zu unterstreichen, wer hier eigentlich gerade diesen Trupp führt. Ja, und vor allen Dingen, ohne das nochmal, also, ja, wie klingt es im Voice-Over irgendwie gesagt hier, ja, und der Suh war dann unser neuer Führer oder irgendwie so, aber eben dieses, diese Gerätschaft, das wird nicht nochmal explizit gesagt oder gezeigt so, hier der Suh, jetzt gebe ich dir dieses Ding, weil du unseren Trupp anführst und du derjenige bist, der weiß, wo wir lang müssen oder so, sondern, er hat das, ja, also, hier, show don't tell, das gute alte Prinzip und so, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Film hatte ich das denn, ach, hier bei Dune Teil 2 hatte ich jetzt neulich gerade geguckt und da ist es relativ zu Beginn so, dass Paul Atreides kommt dann zu den Stämmen und die einen sagen, ah, du bist Verräter oder was weiß ich und die anderen beten ihn so halb an und ich so, oh, das ist doch cool erzählt, dann kommt der Schnitt, ja, einige verehren dich, andere nicht, der ist so, ja, das habe ich gerade gesehen, das brauchst du jetzt mir nicht nochmal sagen, ne, so, so, und hier, wie gesagt, minimal dieser Voice-Over, der sagt, er führt jetzt den Zug an, aber dieses Übergeben des Gerätes oder so, kann natürlich auch sein, dass das rausgeschnitten wurde, aber es ist nicht im Film und das, das finde ich dann auch wieder schön, also, dass das auch funktioniert und man kriegt es halt mit. Ich finde, ähm, insgesamt auch, ähm, der Film, also, das ist Kurosawa, der macht alles mit Bildern und der muss dann nicht extra nochmal was erklären, es sei denn, es ist zu komplex, da entscheidet sich dann immer, ähm, für Dialoge, siehe Raschomon, aber, äh, hier hat er eigentlich fast alles über Bilder gelöst und wenn, dann kommt dann eben halt eine Erklärung über den Voice-Over und der ist aber trotzdem, wie ich finde, gut platziert und, äh, auch das mit dem, ähm, Feldsteilter, mit diesem Tripod, ähm, das ist ja dann nochmal als Insert nochmal mit eingeschnitten, dass man diese Zeichnung von ihm sieht, wie der dieses Zelt wohl gebaut haben muss, diese Hütte. Ja, das war ja auch stark. Wo ich dann auch wieder dachte, okay, wenn ich jetzt Russisch könnte, könnte ich wahrscheinlich auch lesen, was da steht, aber eigentlich ist es wohl auch eher, äh, nebensächlich, weil ich erkenne, genau, wir haben diese Zeichnung und kann nachvollziehen, sie haben jetzt von ihm gelernt. Und, und, ich vermute, und das liegt auch einfach daran, ich meine, man muss sich ja vorstellen, der, 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 der Kurosawa, der kann kein einziges verdrossig, nicht ein einziges und, äh, der muss sich natürlich schon auf die Bilder verlassen, weil er da besser directen kann, weil ansonsten hat er immer dieses, ähm, Übersetzungs, äh, äh, Ding halt, äh, dieses Problem, er hat ja immer diese, diese Sprachbarriere, und, äh, da ist es einfacher, durch, durch Gesten und durch Bilder, das halt zu erzählen, und, also so kann ich mir das auch nur vorstellen, und so macht es auch für mich eigentlich am meisten Sinn, wenn man sich den Film anschaut, durch das, ähm, ja, Verstehen der Bilder und weniger über den Dialog. Ja, könnte man jetzt wieder so ein bisschen Meta-Ebene reinbringen, der so ist, äh, der Akira Kurosawa. Ich würde sagen, das ist irgendwo so ein alter Ego, den hat man ja auch in Rotbart zum Beispiel so ähnlich, ja auch so eine Figur gesehen, so ein bisschen, äh, fast schon was Altruistisches, irgendwo noch mit da drinnen, ähm, das sieht man ja auch in diesem ganzen Verhalten, der, ähm, der ist ja freundlich zu Fremden, denen er wahrscheinlich niemals in seinem Leben begegnen wird, ja, also die, die Sache mit dem, äh, gibt man ein bisschen Reis und Salz und ein paar Streichhölze für die Nächsten, die hierher kommen, oder diese Zeichen mit, mit dem Ginkgo-Baum und, und, und all so eine Sachen, ähm, da merkt man halt einfach so, da ist so eine, nicht nur Naturverbundenheit, sondern auch wie so eine Art, ähm, Gemeinschaftsgedanke, oder, an den, an den Nächsten denken. Genau. An die Anderen. Ich weiß nicht, Nächstenliebe ist das das richtige Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, genau, ich glaube, das wäre zu, zu viel vielleicht, aber so dieses, äh, ne, altruistisch oder eben, genau, man ist nicht alleine und, äh, man kann ja auch mit, mitdenken für die Anderen so ein bisschen. Genau. Hm. Ja, ich überlege, bin jetzt gerade schon gedanklich so ein bisschen, ähm, weil wir ja schön über die Bilder sprechen, ähm, wie oft, äh, der so mit dem, äh, Hauptmann eben, äh, gezeigt wird und dann der Rest der Gruppe irgendwie auch teilweise mit dem Bild ist, aber manchmal so ein bisschen abgesetzt, also wie da auch eben die, die Beziehung über die Bilder so ein bisschen charakterisiert werden. Jetzt vor allem irgendwie den einen Abend im Koffer, und ich glaube es im zweiten Teil schon, da ist so am rechten Bildrand sitzen der so und Asenyev. Dann ist glaube ich sogar so eine Art Baumstamm in der Bildmitte und links ist nochmal ein Lagerfeuer, wo die, äh, restlichen, der restliche Trupp ist und die fangen dann irgendwie an hier, wie ist das jetzt? Oh, Bergadler oder so ist irgendwie der Untertitel. Ich habe mir den Text jetzt nicht konkret gemerkt, da kann man sicherlich auch nochmal einiges, könnte man auch noch einiges rausziehen, die da so fast schon so eine Art Liebesbeziehung andeuten. Ich würde schon sagen, also der Film ist, ist ja, geht ja wirklich um diese Männerfreundschaft und die ist, ähm, ich weiß nicht, die gipfelt irgendwie für mich auch ein bisschen in dem Zelt, wo die da nebeneinander dann halt auch einfach liegen müssen, da halt auch von diesem Sturm da draußen, da gipfelt die ein bisschen und wenn die sich dann wiedersehen beim, im zweiten Teil des Films und sich dann in die Arme fallen und diesen Baumstamm drum rum rennen und sich dann wirklich umarmen und dann auch umfallen und, ähm, das, das sagt alles, es geht nur um die zwei Männer und der Rest ist tatsächlich so bei Werk, selbst diese ganze Truppe, der, wie heißt der, Turtgen, wie der heißt ja, von Vladimir Kremner gespielte, ähm, der mit dem markanten Bart, ähm, man sieht ihn zwar schon, aber der kriegt keine Aufgabe, der wird nicht charakterisiert, äh, der ist nur da, um ein paar Fragen zu stellen und, ähm, so ein paar kleine Teile in, ich will nicht sagen, der Handlung voranzutreiben, aber zumindest in Szenen voranzutreiben, ähm, also ganz klar, die beiden stehen im, im Vordergrund und der Rest ist nur Beiwerk. Äh, in der, ich fand es interessant, er kriegt, glaube ich, so zwei Momente hier, dieser Soldat, ähm, einmal ist irgendwie so Nacht und ich meine, die Kameraeinstellung ist so aus dem Zelt von Arsenjaf hinaus, er sitzt links und schreibt irgendwie so ein Buch, äh, der so ist rechts, im Hintergrund schon fast so am Lagerfeuer und zwischen den beiden so dezent linke Bildteil ist dann eben der, der Soldat, der, er geht ins Bett oder so und er sagt irgendwie zu der so hier, guten Abend oder guten Morgen und das sage ich dir jetzt hier in der Nacht oder irgendwie sowas, ob ich dachte, entweder hat er gerade ordentlich getrunken oder so, wollen wir voll ein bisschen schmunzeln und dann kriegt er nochmal den Moment, wenn dieses Foto gemacht wird, ähm, wo er dann zuerst mit ihm da steht und dem, der so noch die, die Soldatenmütze aufsetzt, äh, ja, fand ich auch interessant, dass er da irgendwie diese Momente abkriegt. Hm. Äh, also der ist zum Beispiel, also gerade die Szene, die du jetzt beschrieben, hattest du an dem Zelt und die war ja dafür da, ähm, das ist ja dann im letzten Drittel des Films, wo der Sue ja schon, ähm, merkt, dass er, ähm, alt wird, dass er sehr wahrscheinlich nicht mehr für die, äh, in der Taiga lange leben kann und natürlich dann halt auch, ähm, äh, grantig wird und, ähm, hat dann natürlich die ganze Truppe dann natürlich auch schon so ein bisschen mit seiner ganzen Art auch ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen gepiesackt, aber schon ein bisschen so verärgert und, ähm, dann haben die abends getrunken und, äh, dann kommt dann immer so eine flapsige Geste, so nach dem Motto, ähm, du bist jetzt hier eher der Haupt, äh, da der Hauptmann und, ähm, ich melde mich jetzt hier großabend ab, so ein bisschen sarkastisch, ähm, ähm, um das nochmal darzustellen, ähm, dass das jetzt nicht so cool ist, ähm, diese ganze Situation für alle Beteiligten und, äh, und, äh, dann natürlich ja dann auch in den letzten Parten einläutet, wo er dann ja zu dem, zu dem Hauptmann, der mit nach Hause kommt oder zu dem Arsenjev. Hm. Ähm, ich würde mal das Thema Wasser, äh, aufbringen, denn das ist so für mich irgendwie gefühlt nicht komplett, aber häufig, ähm, eher so als eine Art Gegner dargestellt, ähm, im ersten Teil ist es eben dieser See, auf dem sie sich dann verlaufen, äh, also zunächst wird einmal komplett, ja, die, dieser Trupp, äh, ja schon aufgeteilt und dann kommt es eben zu dem Verlaufen, wir haben schon gesagt, hier mit diesem, dieser Schilfütte, die sie sich dann schnell noch bauen und im zweiten Teil ist dann wieder, da haben sie diesen Fluss und da ist glaube ich, der Voice-Over sagt noch so, ja, erst schien der Fluss total ruhig und idyllisch oder irgendwie so und dann kommt, äh, ja, diese Stromschnellen und ich fand die Szene fast schon lustig, äh, wenn, erst laufen so die Soldaten nebenher und da sagst, ja, lauf weiter, lauf weiter, äh, und der so schubst dann den Hauptmann ins Wasser, dass der sozusagen zum Ufer schwimmen soll, äh, und nachher hängt der so irgendwo da an einem, äh, auch an einem Baumstück, was sich da verfangen hat im Wasser, äh, und fand es so geil, wenn er eben sagt, ihr müsst einen von den Bäumen fällen, diesen? Nein, nein, den da hier? Nein, und er ist schon so halb am Abgluckern und, nee, nee, den nächsten, den, den anderen, den Stamm, ja, den könnt ihr nehmen, das war, ich hatte ein bisschen, ein bisschen was Lustiges, so dieses, ja, der so ist schon der, der sich auskennt in der Natur oder besser auskennt in der Natur, aber dass er eben jetzt selbst, wenn er da im, im Wortsinne am seidenen Faden sein Leben hängt, gibt er noch Anweisungen, äh, wie denn da vorzugehen ist, damit er gerettet werden kann, fand ich, äh, süß in dem Moment, diese, diese Szene auf dem Fluss. Ich, äh, ich finde es spannend, wenn du sagst, äh, viel Wasser in einem möglichen Aggregatzuständen, ja, Nebel, ähm, Regen, Eis, oder eben halt auch mit den Stromschnellen, ich bin ja der Meinung, ähm, Akeya Kurosawa ist ja eigentlich so ein, so ein Regisseur, ähm, der die Gezeiten in, in jeglicher Form das Wetter, in seine Filme mit einbringt, um die, äh, Emotionen zu verstärken, sei es wirklich Regen, ähm, ähm, sei es ein Gewitter an der richtigen Stelle, äh, Wind, also ich weiß nicht, ähm, also wie viel Wind in diesen Filmen immer eine Rolle spielen, das finde ich, äh, völlig faszinierend, also mir fällt gerade kein Film ein, jetzt außer vielleicht Ikuru, wo Wind jetzt, ähm, keine große Rolle gespielt hätte und hier in dem Film ja auch, ähm, ich meine, es macht ja Sinn, das spielt ja in der Natur, da will man das natürlich auch zum Ausdruck bringen, aber hier gipfelt das für mich auch so ein bisschen und da spielt natürlich Wasser eine riesengroße Rolle und das wird ja auch immer thematisiert, in welcher Jahreszeit wir uns befinden und dass der Herbst offensichtlich sehr kurz in der Taiga zu sein scheint. Ja, es ist auch schön, wenn dann so gegen Ende eben in der Stadt dann dieses völlige Gegenbeispiel kommt, hä, wie könnt ihr für Wasser bezahlen, wo der, dieser Kollege kommt eben mit seinem Wassertank, die da irgendwie Wasser verkauft, ähm, sozusagen das, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, gezähmte Wasser, während wir bis dahin ja eher so dieses Wilde eben, der Regen, der, der zugefrorene See, okay, der ist vielleicht eigentlich auch ruhig, aber, äh, birgt eben andere Gefahren dann und eben dieser Fluss, ähm, als, als andere Beispiele des Wassers ja gezeigt worden sind uns. Mhm. Ähm, kurze Frage noch, weil wir es gerade hatten in dem Fluss, ähm, wo der da hängt, ähm, ich weiß, es wird im Film nicht gesagt, aber mein Eindruck war, dass der Film ziemlich cool darstellt, dass der so gar nicht schwimmen kann. Ja, das hatte ich auch überlegt, ähm, das ist gut möglich, ja. Weil der hätte ja genauso mit runterspringen können, das tut er eben halt nicht und, ähm, hält sich fest und gibt dann von da aus halt die Instruktion, wie er gewünscht gerettet zu werden. Ja, also er hat, genau, sie hätten ja beide einfach schon runterspringen können, da können wir noch kurz überlegen, ob es daran liegt, dass er das Floß noch nicht aufgeben wollte oder so, oder irgendwie noch Hoffnung hatte das, aber ich hatte auch den Eindruck, ja, könnte auch sein, äh, er ist nicht der, der Längste und, ähm, schwimmen scheint auch nicht zu sein, Stärken zu zählen. Er hat, er ist eher an Land, dann, ähm, kennt er sich aus. Ähm, ich hab mir bei der Szene ganz besonders, wo der da gerettet werden soll, immer die Frage gestellt, ähm, ich bin mit meinen Gedanken hier gerade alleine mit dieser Szene, mir wird wenig vorgekaut, sondern ich beobachte hier gerade Männer dabei, wie sie einen anderen retten. Und ich sehe das relativ, ähm, detailliert, kann man schon sagen. und das macht Spaß, es macht wirklich Spaß dabei zu sein. Ich hatte hin und wieder, äh, so ein, so ein, so ein, so eine Erinnerung oder so eine Verbindung zu, ähm, Sorcerer, wo da auch ähnlich mit Natur umgegangen wird, ähm, und das wird in aller Breite und Epik gezeigt. Und ich finde, das ist so ein, so ein ganz, ganz wichtiges Stück, ähm, was für mich Film ausmacht, warum ich ins Kino gehe. Ich will das sehen, ich will Menschen in der Interaktion mit der Umgebung sehen. Und, ähm, ich finde es sehr angenehm, dass der Film da eben halt jetzt hier nicht großartig, ähm, seinem Plot hinterher rennt, sondern halt einfach, ähm, diese ganzen Slices of Life, diese kleinen Episoden, ähm, ausgedehnt zeigt. Ähm, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und, ähm, das durchzieht sich irgendwie durch diesen gesamten Film, bis jetzt auf das letzte Drittel vielleicht mal ausgeklammert. Ähm, aber das ist so für mich, ähm, ähm, das, das große Haben dieses Films, ähm, wie, wie, wie ist da deine Beobachtung gewesen? Wie, wie fühlst du das da bei dem Film? Ja, ich sehe das ähnlich, also ich, ähm, würde es so in Richtung dieser, naja, drei, vier Monumentalfirmen, die ich bisher mal so gesehen habe, ähm, wo mir auffällt, also ich denke jetzt beispielsweise an Dr. Chivago, äh, vielleicht ist es auch allgemein David Linie, Lawrence von Arabien, der auch relativ große und sich über einen längeren Zeitraum abspielende Geschichten zeigt, und, äh, ne, dann gehen diese Filme eben zweieinhalb, drei Stunden und dass dieses aber Schaffen meistens irgendwie gar nicht viel mehr als vielleicht zehn Szenen oder so haben, die alle ihre gewisse Länge haben und aber in diesen Szenen so viel erzählen und so kompakt sind, dass das eben, äh, äh, ausreicht, dass man da auch ein Gefühl für diese Zeit bekommt, also für das Vergehen von der Zeit, äh, bekommt und so wie hier auch eben dieses, äh, Flussabenteuer, sag ich jetzt mal, äh, dass das seine Zeit sich nimmt und damit aber auch mehr als genug erzählt, also man könnte ja auch sagen, okay, wir haben jetzt zehn Minuten, wir machen hier, äh, drei Action-Szenen und dieses und jenes und er sagt eben, wenn wir jetzt vielleicht, oh, also jetzt wüsst du, wie lang diese Flussszene eigentlich geht, äh, eine Viertelstunde ist diese Szene lang und, äh, da wird eben mehr als genug mit erzählt und es funktioniert, ähm, also ich habe auch ganz oft so überlegt, okay, ist das jetzt hier eigentlich nicht so ganz schön klischee-mäßig immer wieder der, der in Anführungszeichen edle Wilde, der jetzt den Menschen aus der Stadt erklärt, hier abgeknickter Baumstumpf, da, äh, das tote Tierchen, hier liegt ein Stück Fell und, äh, es gibt ja auch diese Szenen, mit dem, so, es regnet, nee, wir gehen jetzt gleich los, die Sonne kommt raus, es hört gleich auf zu regnen und, hä, wie, ja, du siehst doch die Sonne da und dann macht er sich so ein bisschen lustig über den, einen Soldaten oder, äh, mit der, mit der Schnur abschießen, ne, wo alle denken, sie sind hier gute Soldaten, aber er ist der, der wirklich, äh, gut schießen kann, ähm, das ist ja schon irgendwo so ein bisschen klischeehaft, die Frage wäre dann wieder, ist das auch Mitte der 70er schon klischeehaft gewesen? Äh, ich denke schon, ähm, aber wenn es eben so umgesetzt ist, äh, ja, dann ist das, dann habe ich da kein Problem mit, also, es ist irgendwie, gefühlt sich manchmal ein bisschen abgedroschen an, aber in, in der Inszenierung und der ganzen Art, funktioniert es halt einfach, äh, ja. Aber das mit der Schnur ist tatsächlich, äh, weil du das gerade nochmal sagst, das ist für mich das einzige Ding im Film, wo ich das Gefühl habe, dass es zusätzlich trenne in dem Film, um nämlich dann das, äh, Ende von der Suh noch ein bisschen zu erklären, das Problem, was er nämlich hat, dass er dann am Ende nämlich nicht mehr so gut sehen kann, dass er seine Augen nicht mehr so gut nutzen kann, um das hier sozusagen nochmal mit auf den Peak zu bringen. Das scheint mir, ähm, du hast ja hier, ähm, keine Ahnung, zehn Soldaten und du willst mir sagen, dass die, äh, die Flasche nicht treffen, das ist eher unwahrscheinlich, ähm, also sie müssen schon stark angesoffen sein, aber wenn ich das richtig gesehen habe, die saufen wirklich nur abends und dann nicht tagsüber, ähm, und einer von denen hätte doch vorher schon die Flasche treffen können und der trifft natürlich jetzt noch die Schnur, also das scheint mir so eine, ich sag mal, filmische Verdichtung zu sein, um das nochmal, ähm, auf diesen Moment nochmal zu lenken, das ist ein wichtiges Detail, das solltet ihr bitte, Achtung, Wortspiel im Auge behalten. Ja, also, ne, könnte ich jetzt auch wieder nur spekulieren, okay, 1900, wie, wie, ähm, treffsicher waren jetzt die Waffen an sich oder wie, wie zielsicher konnte man diese Waffen bedienen und dann auch noch so ein sehr kleines, bewegtes Ziel, auch je nachdem, ne, mit welcher Entfernung, aber, äh, stimmt schon, ne, und was mir da gerade nochmal einfällt ist, das ist ja anscheinend eine Wodkaflasche, die ihr dann bekommt, was ja auch wieder eine Form von Wasser ist, äh, äh, um, um dieses große Thema nochmal ein bisschen, äh, in andere Form zu bringen, hier ist es dann also, die, in der Zivilisation ist das also, äh, auch gebändigt, äh, und führt noch zu ganz anderen Effekten, dieses, diese Form von Wasser. Das stimmt allerdings, ja. Aber, ne, genau, und stimmt, dass damit eben natürlich auch dieser Bogen begonnen wird, am Ende wird er eben sehr schlecht sehen und seine, seine Schießkünste versagen. äh, er hängt sich da so ein Stück, ist das ein Handschuh, ich weiß gar nicht mehr irgendwas, er hängt sich dann da nochmal was an den Ast, ne, und, äh, um das nochmal wirklich herauszufinden, ja, er kriegt, er kriegt das nicht mehr hin, er trifft da nicht mehr. Das stimmt. Man nimmt da auch ein, oder ich nehme da auch ein bisschen Anteil an ihm, an seinem Schicksal, äh, so, so natürlich es eben ist, wenn man älter wird, äh, dass dann eben nicht mehr alles so funktioniert, wie man es mal zu anderen Zeiten konnte. Ich hatte nur ganz kurz so, so ein, so ein Gedanken, so, auch beim zweiten Mal schauen, so wie, naja, das ist jetzt hier, ähm, 1907, 1908, da gab es schon Brillen, also das gab es da ja schon, ähm, aber ich glaube, äh, das Problem wird anders sein, wahrscheinlich sowas wie, ähm, ein Star, grauer oder grüner, weiß der Fuchs, irgendwas davon, und das lässt sich ja nicht einfach mit einer Brille korrigieren, ähm, aber ich glaube, das muss der Film, er muss das jetzt nicht unbedingt heraus, äh, äh, wie sehr das, ob man das Problem jetzt mit einer Brille lösen könnte, oder sonst irgendwas, sondern, also mir reicht es tatsächlich aus, dass es dieses Problem gibt, und sehr wahrscheinlich auch nicht lösbar ist, zumindest nicht für die damalige Zeit, äh, und, ähm, ich finde das tatsächlich krass, um vielleicht mal, ähm, auf das Ende des Films zu kommen, auf das Ende des Films zu kommen, das ist, ähm, ich habe am Anfang gedacht, okay, wir sind jetzt in der Stadt, okay, mal gucken, wie mir das jetzt gefällt, ähm, ich hatte mich so an die schöne Natur gewöhnt, und dann ist man so in geschlossenen Räumen, und, ähm, die sind sehr, 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 ich würde mal sagen, sehr karg eingerichtet, also jetzt nicht überfrachtet, überboren, und, ähm, das erinnerte mich schon an den einen oder anderen Bergmann-Film, so ein bisschen von der Innenausrichtung, alles so weiß, bisschen kaltweiß, und da fühle ich allerdings tatsächlich diese Isolation, dieses Isolierte von der Natur, fühle ich natürlich in diesem Raum speziell ganz besonders, und auch, ähm, dieses Bild mit dem Ofen, wenn er vor dem Ofen sitzt, das ist schon gebändigtes Feuer, das trifft es ganz gut, äh, wie es, ähm, Trigon da geschrieben hat, ähm, das sind schöne, bildliche Mittel, die da verwendet werden, um mir das darzustellen, und, ähm, ich glaube, das ist ja auch was, was er dann ausspricht, einmal, wenn er sagt, hier in dem Zimmer, er fühlt sich hier nicht wohl, er kriegt keine Luft, und wo der, äh, Asen nefft dann erst, ja, wir müssten hier mal neue Tapete anbringen, oder so, dann sieht das auch fröhlicher aus, also, das wird tatsächlich dann auch mal eben ganz, ganz, äh, platt, ähm, im Dialog nochmal gesagt, aber es stimmt schon so, ne, er sitzt in diesem Zimmer, und dann auch mit dem Ofen, also sowohl er ist in der Form gebändigt jetzt, und von, von Mauern umgeben, und das, das wilde Feuer ist auch gezähmt, und, äh, unter Kontrolle gebracht, sozusagen, in der, in Form dieses Ofens, also ein, ein Gleichnis, diese beiden natürlichen, äh, Wesen oder Dinge, der so, und das Feuer, die jetzt hier eben gezähmt und gebändigt sind, und der, der eine kann, er hält es nicht so richtig aus, und will wieder zurück, und das Feuer hat gar keine Wahl, das brennt irgendwann nieder, äh, genau, und, ähm, ich hab auch überlegt, ist eigentlich die Ehefrau, die erste und einzige Frau in diesem Film, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, wie es ganz am Anfang ist, wenn, wenn Arsenjev da eben in diese Ortschaft kommt, ob man da irgendwie mal eine Dame rumlaufen sieht, und das andere ist genau bei den, ähm, wenn sie in dem einen Zelt sind und was zu essen kriegen, ne, da ist auch eine Frau, genau, aber ist schon sonst, äh, sehr männerlastig auf jeden Fall insgesamt, ja, kann man, kann man schon so sagen, das ist wirklich, ähm, der Zeit wahrscheinlich auch einfach geschuldet, ähm, also ich glaube, der, wie gesagt, ich glaube, der erste Teil ist komplett ohne Frau, wie gesagt, minimal, vielleicht auch ganz am Anfang mal jemand durchs Bild laufen würde, äh, und die, diese Nomadenfamilie, die sagt auch nichts, die Frau, oder, die teilt das Essen, oder breitet das Essen zu, und die Ehefrau ist dann, wie gesagt, müssen wir nochmal ganz genau hingucken, aber ich meine, sie ist die Einzige, die dann auch mal was sagen darf, in dieser Gruppe, und was in dieser, in dieser Schlusssequenz, oder in dieser, äh, Stadt, Stadtsequenz interessant ist, wenn er dann sozusagen, der so, ja auch irgendwie sein Wissen weitergibt, an, an den Sohnen, ne, und der ihn ja irgendwie anscheinend zu einem Helden, äh, er nennt, oder, oder als Held empfindet, sich diese ganzen Abenteuer erzählen lässt, was für den Dersu ja einfach nur, sein Alltag war. Ich fand das, äh, sehr schön, dass der Film da auch so eine, ähm, trotzdem irgendwie so eine versöhnliche Note hatte, also, dass da hier eine nächste, kommende Generation ist, die sich dafür interessiert, dass das da mal drin ist, ähm, dass es nicht so, ähm, das Endstück des Films ist, alles klar, es ist eine große Stadt, dort vereinsamter und wird dann langsam sterben, sondern, dass man dann noch eine schöne Gegenüberstellung hat, mit einer nächsten Generation, dass man ja dann, ähm, so, 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 so eine Positove, äh, Positove, eine positive Note da noch mit reinbekommt, sowas, ja, ja, Versöhnliches, das finde ich eigentlich, ähm, das finde ich wirklich tatsächlich sehr schön und, ähm, ähm, ich finde auch natürlich diese ganzen Kontraste, ähm, aus Großstadt und, äh, diesen, diesen Nomaden dann eben halt, wie du es vorhin schon gesagt hast, mit dem Wasser, wo das nicht versteht oder er wird festgenommen, weil er eben halt, ähm, gejagt hat und, und all so eine Sachen, das hätte komödiantisches Potenzial haben können und das wurde eigentlich nicht wirklich ausgenutzt und das finde ich auch sehr gut. Ja, das, äh, sehr, sehr dezent. Ist auch allgemein interessant in diesem letzten Teil wieder, dass wir, wie gesagt, wieder mehr bei dem Hauptmann bleiben, oder was heißt wieder mehr, sondern dass wir bei diesem Hauptmann bleiben und das, ähm, diverse Sachen, die der so erlebt oder tut, äh, eben abseits geschehen oder außerhalb dessen, was uns gezeigt wird, was eben gerade sagt, dass hier in dem, äh, er hat jetzt hier, in Anführungszeichen, große Verbrechen begangen, hat den Baum gefällt, warum bezahlt die für Holz, was soll das denn, äh, und so wurde jetzt festgenommen und dann eben auch, äh, während wir das schon alles nicht sehen, dann eben auch, sein, sein Tod passiert auch nicht vor unseren Augen, wir, äh, klingen dann nur das, das Ergebnis zu sehen, ähm, ähm, Perspektivsache, äh, Schu-Schu-Nin oder wie die hießen, äh, die diese, äh, Tierfallen alle zurückgelassen haben, also die anscheinend weitergezogen sind oder umgezogen oder was auch immer, aber diese Fallen nicht verdeckt, äh, unschädlich gemacht oder sonst wie haben, sondern dass da eben weiterhin Tiere verenden, äh, völlig unnötig, die dann auch einfach nur verrotten dort, ähm, und diese Menschen kriegen wir aber, glaube ich, nicht zu sehen, wir kriegen sozusagen wieder nur ihre Ergebnisse, sage ich jetzt mal, oder das Ergebnis ihrer Untaten zu sehen, auch diese, ähm, ja, gefolterten, äh, gefesselten Männer, deren Frauen sie anscheinend mindestens verschleppt haben, wahrscheinlich umgebracht haben oder sonst was damit getan haben, äh, dafür sehen wir dann einen anderen Stamm, der da ankommt, oder eine andere Gruppe von Männern, wieder überwiegend, äh, weil ich leider auch schon wieder vergessen habe, irgendwas mit A, ich, ich habe mir die, die Namen nicht gemerkt, ähm, da. Da gab's, ähm, es gibt einen Podcast, das müsste ein amerikanischer Podcast sein, nennen sie es die, ähm, Sanjiro Boys, äh, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ähm, das, ähm, filmische Werk von Kurosawa, ähm, in Gänze zu besprechen. Und die haben auch eben halt über der Soosala gesprochen und die haben bei diesem Punkt mit, äh, diesen Shushonen da, ähm, so einen kurzen Insert gemacht und haben gesagt, so, ähm, hier kommen wir ja schon mal ganz kurz so auf die, äh, politischen Motive der Sowjetunion und wir können ja auch einfach mal sprechen, da das Gebiet, um was es da eigentlich im Film geht, ja auch ein bisschen heiß umkämpft war. Ähm, da gab's Ende der 60er, gab's ja so einen, so einen, so einen Kampf um dieses Gebiet, nämlich zwischen den Chinesen und der Sowjetunion. Also, ähm, dann wurde der Konflikt dann auch beiseite gelegt. Allerdings, ähm, ist das so ein bisschen propagandistisch seitens der Sowjetunion, die natürlich jetzt große Teile dieses chinesischen, also ehemals chinesischen Gebiets jetzt halt besetzt haben und jetzt einverleibt haben, ähm, zu sagen, ähm, die bösen Chinesen, ähm, sozusagen so ein bisschen, ähm, geschichtsrevisionistisch da rangegangen sind. Das fand ich irgendwie, ähm, ganz spannend, dass sowas trotzdem sich, äh, in so einem Film halt auch drinne findet. Wäre mir aber tatsächlich niemals aufgefallen, ähm, wenn ich jetzt den Film so vor sich hätte stehen lassen. Ja, aber also, genau, ich hatte auch noch so kurz überlegt, okay, Anfang 20. Jahrhundert, äh, welche Kriege waren da? Es ist noch vor dem Teil, der für uns dann so der relevante Erste Weltkrieg ist, 1914, aber gab's nicht russisch-japanisch oder russisch-chinesisch? Äh, irgendwo ganz dunkel, äh, meine ich da irgendeinen, aber ich hab auch so gedacht, ne, wer, also, sie führen Expeditionen sowieso erstmal an dieses Gebiet aus, mit sie halt eben mit dem Ziel, das irgendwie zu besiedeln oder sich einzuverleiben oder sonst wie. Und, äh, wer erhebt da bisher vielleicht Ansprüche und sowas, äh, das wird nicht immer ganz genau ausbuchstabiert, vielleicht aus Gründen, ähm, genau, und das war dann eben so, ja gut, der so ist, der, der ist okay, aber so bei den Chinesen, da gibt's immer mal so ein paar, die sind nicht so in Ordnung, aber es, ein paar sind ja anscheinend auch völlig in Ordnung, da haben wir diesen alten, äh, ein Siedler, sag ich mal, der ja auch schon anscheinend einiges mitmachen musste, ähm, und sein Bruder das, äh, ja, also das ist, genau, das sind so Sachen, die kann man vielleicht übersehen, oder kann sich denken, na gut, das passt jetzt halt auch, wenn die jetzt alle freundlich wären, wäre irgendwie langweilig, ähm, äh, man muss das irgendwie, um dieses Verhältnis zur Natur dann nochmal zu beschreiben, dass Menschen eben auch mal so eher verhältnismäßig schlechte Beispiele bringen. Äh, vielleicht hier nochmal ganz kurz nur was eingeschoben, weil ich am Anfang hier, ähm, siegesicher gesagt habe, ähm, dass, äh, Kirgisien sich, äh, im Norden befinden würde, es ist tatsächlich im Süden, äh, wer hätte es gedacht, ähm, irgendwo zwischen Kasachstan und Mongolei, ähm, und, äh, genau dazwischen befindet sich Kirgisien, also nicht im Norden, sondern im Süden. Hei, 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 so genau, und wie gesagt, ich hab das irgendwie so, na, Taiga ist bei mir irgendwie so, ich glaube eher so, der nördliche Teil hier, Permafrostboden, und, äh, der sich heute auch immer mehr auflöst, weil es zu warm ist, deswegen hab ich das da so hin verschoben, ohne mir mal, äh, wirklich intensiv versucht zu versuchen, diese ganzen Orts- und Gebietsnamen, äh, irgendwie nochmal nachzugucken, ähm, also es könnte, für mich spielt das irgendwo so im Norden, Nordosten, aber es könnte wahrscheinlich auch, äh, andere Gegenden sein, wo das eben tatsächlich spielt, äh, aber damit vielleicht auch mal dieses, äh, der Untertitel sagt, und ich glaube, sie sagen das tatsächlich, oder es ist auch gut zu hören, dass sie das tatsächlich sagen, dass, äh, der so ein Golde wäre, ähm, hab ich auch noch nie gehört, äh, hab ich auch nicht weiter nachgeguckt, aber kam dir das irgendwie in irgendeiner Form bekannt vor, oder hast du da irgendwas noch, äh, herausgefunden, hast du das irgendwie weiterverfolgt? Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Übersetzungsding ist, ähm, ähm, war eigentlich gehört ja zu den, äh, äh, Narniern, oder die Hesseen, ich weiß nicht, wie du das ausnennt, ähm, und, äh, wenn man jetzt Wikipedia glaubt, das können wir einfach mal zu Rade ziehen, ähm, in der westlichen Literatur wird dann immer von Gold gesprochen, also Golden, und die haben das wahrscheinlich hier in der, ähm, in den Untertiteln einfach so wortwörtlich übersetzt, also, ne, ähm, die Golden, ähm, dabei sind das dann in dem Fall tatsächlich, äh, es ist ein ganz anderer Stamm, ich weiß nicht, was die dann in Russischer Zeit sagen, das, bin des Russischen halt nicht mächtig. Aber ist klar, also das, das fand ich, oder ich hab mir dann eingebildet, der sagt auch was, was sehr nach Golde klingt tatsächlich, äh, aber, ja, meine Vermutung ist dann, na gut, vielleicht ist das was, ne, Anfang des 20. Jahrhunderts hat man die noch so genannt und heute gibt's andere Bezeichnungen oder ist das, äh, schon spezifischer und genauer bekannt und deswegen ist vielleicht auch dieser Begriff für damals völlig selbstverständlich gewesen und für mich jetzt heutzutage ist das ein, was soll das sein, ich kenn nur Gold als, äh, Wert, als Edelmetall, quasi, ja. Genau. Gibt's, äh, relativ, ähm, kleinen, ähm, Artikel dazu, ähm, bei Wikipedia, das macht, glaube ich, Sinn, den mal mit, mit reinzuhauen, über die, ähm, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, die Hedge, ähm, die, also Hedgehen geschrieben, ähm, was dann diese Golden sein sollen, im englischsprachigen Raum, sagt man dann die Golden. Äh, ich notiere mir das erstmal und das machen wir dann kurz nach der Aufnahme nochmal, dann gucke ich mal selber nach und frage dich nochmal, lass mir jetzt nochmal buchstabieren. Ja. Ja, ähm, ich überlege gerade so, was mir noch wichtig scheint, hast du gerade einen Punkt, an den du anknüpfen möchtest, den du noch nennen möchtest? Also außer, dass ich die, ähm, Kamerarbeit, ähm, fantastisch finde und, ähm, die Art Auflösung, wie dieser Film aufgelöst worden ist, ähm, auf diesem, ähm, fantastischen, ähm, 70 Millimeter Filmmaterial, also das muss man wirklich sagen, die haben wirklich dieses Material komplett ausgenutzt und, ähm, ich kann das nachvollziehen, dass man sich dazu entscheidet, ähm, nicht zwischen, ähm, Medium Shots und Close-Up und meine Totale, sondern zwischen, ähm, Totale, Super Totale und Super Super Totale sich zu entscheiden. Ähm, um einfach diese, ähm, wahnsinnig tolle Natur dann noch zu zeigen, also das kann ich gar nicht oft genug, ähm, betonen, ich würde gerne wissen, was das für ein Filmstock ist, den die da verwendet haben, also diese Farben teilweise von den Blättern, dieses Gold, ne, ähm, das, das hat mir so gut gefallen, ähm, ich finde die Kameraarbeit, also wie die die Bewegungen teilweise machen, am Anfang, wo die, 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 die Russen da, äh, langlaufen, dieser, dieser Trupp, die laufen in den Schärfebereich rein mit diesem Teleobjektiv und das sieht echt cool aus, da muss die Kamera gar nicht wirklich viel machen, ich, also ich, wirklich, kann wirklich sagen, es ist so eine, ähm, eine Steigerung von, von, ähm, Rashomon, wo man ja schon sagt, das ist so, ähm, ähm, da wurde sozusagen ein Grundstein für das, äh, moderne Actionkino eigentlich gelegt, was, was Kamera für ihn betrifft und das ist, finde ich hier, auch in seiner gesamten Zurückgenommenheit, nicht widersprüchlich, sondern tatsächlich, ähm, ähm, Erfolge richtig aus, es ist fantastisch gemacht, ähm, es ist auch eine, ähm, Zusammenarbeit zwischen dem Stammkameramann, äh, den, ähm, Asakazu Nakai und, äh, sowjetischem Kameramann, ähm, Fyodor, äh, Dobronnarov, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, genau, ähm, Ja, ich kann da tatsächlich wenig, äh, Gehalt vor jetzt noch beisteuern, außer zu sagen, ja, das sind halt immer wieder wunderbare Bilder und, und, äh, möchte dann gerne mal Pause drücken und das einfach nochmal so sich, äh, in, in Gänze nochmal alles angucken, ähm, ja, und dadurch wirkt, glaube ich, dann auch der Kontrast zur Stadt auch immer nochmal doppelt und dreifach so stark mit diesen grauen und kahlen Wänden, äh, wenn man vorher eben dieses schierunendliche Panorama immer wieder hat. Mhm. Ich, ich finde das auch tatsächlich krass, ähm, dass die ja in zwei Jahren, das ist, ginge wirklich zwei Jahre die Dreharbeiten, ähm, dass die da wirklich zwei Jahre lang dadurch, ähm, durch die Tiger halt gestiefelt sind bei Wind und Wetter mit, mit riesengroßer Crew, ähm, ähm, Akira Korosawa ist jetzt nicht dafür bekannt, ähm, nicht perfektionist zu sein, sondern im Gegenteil, der ist sehr perfektionistisch und, ähm, ähm, das finde ich schon krass, dass man dann sozusagen dieses Standing da einfach halt sagt, so, wir drehen das jetzt hier so ab, bis es passt halt und, ähm, da kann man wirklich sagen, auch wenn der Film sich nicht monumental anfühlt, aber, äh, was monumental ist, dadurch automatisch schon bekommt irgendwie, äh, einfach nur, dass diese Bilder da drin sind, wie sie halt sind und da fühlt sich nichts überflüssig an. Also, da gibt's keine einzige Szene, die mir jetzt einfallen würde, bis das so, so ein bisschen Fülle oder so oder repetitiv, im Gegenteil, das muss da alles drin sein. Ja. Ja, äh, du merkst, ich werde langsam sprachlos. Ähm, genau, also auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken muss, wo man hinschauen sollte. Äh, und jetzt hab ich auch so zwischendurch überlegt, okay, wenn ich jetzt gar keine Untertitel hätte, wäre es wahrscheinlich ein bisschen sehr hart, aber ich glaube, dass trotzdem, auch wenn man jetzt das nicht komplett verstehen würde, dass man vieles begreifen würde, so, was sich da abspielt. Also, mir fällt jetzt gerade nochmal diese Szene ein, wenn sie an diese eine Hütte kommen, kurz nachdem er sagt, ja, hier ist Rinde vom Baum abgerissen, also kommen wir gleich an eine Hütte und wie sie dann da stehen und er ist als einziger sofort dabei, das Dach quasi neu abzudecken oder zu gucken, wo sind da Lücken und die anderen stehen so halb in der Hütte drin und gucken ihm so ein bisschen an, äh, wo eben auch gleich wieder ist, so dieses, ne, er weiß, was er zu tun hat oder was zu machen ist und das es jetzt zu machen ist und nicht, wenn es vielleicht später dann regnet und so, während die, äh, erst mal denken, oh, hier ist eine Hütte, kann man sich ja so reinstellen oder reinsetzen. Ähm, ja, und eben immer wieder natürlich das so aufgegriffen wird, dieses, äh, der so, der genau weiß, was Sachen bedeuten und wie sich das hier, wie die Ordnung ist, äh, in der Natur und die anderen, die meist irgendwie staunend oder überrascht dann dastehen und denken, sag mal, wieso nennst du, also das habe ich mich tatsächlich als einziges größeres Mal gefragt bei den Untertiteln, du nennst alle Dinge Leute, ob das tatsächlich so, ob es da noch einen besseren Begriff gegeben hätte, ähm, aber das ist, glaube ich, auch so zweitrangig. Mhm. Äh, Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich tatsächlich noch sagen soll. Ich glaube, ich habe so, für mich so, das ist das Wichtigste gesagt und, ähm, dass man den Film sich vor allem auch sehr leicht einfach anschauen kann, einfach über YouTube auf der Seite von MOSFILM, da kann man sich den einfach anschauen und wenn man das sagt, ja. Hattest du da geguckt, ob es in Anführungszeichen nur Englisch Untertitel gibt, weil ich glaube, die haben tatsächlich bei manchen Filmen sogar mehrere Sprachen. Ja, bei Solaris gibt es zum Beispiel Deutsche, aber bei dem, bei dem gerade nicht, da gibt es halt nur Englisch. Ja, und sonst, die ist, wie gesagt, verschoben. Und sonst, wie gesagt, man kann auch, ist jetzt nicht mehr das modernste Medium, die DVD, aber, ähm, manchmal ist das ja auch, äh, nicht völlig verkehrt, falls man da eben Interesse hat für die deutschen Untertitel. Und, ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube, es gibt auch eine Synchronisation, ich weiß es gar nicht genau. Es müsste eigentlich eine geben, meines Wissens nach. Mindestens eine DEFA-Synchro, vielleicht auch eine West-, eine BRD-Synchro, oder? Naja. Ja, der Suusala. Hast du ein ganz schönes Ding mitgebracht, Basti. Sehr gerne. Ich dachte, das ist doch mal ein schöner alter Film, den man mal gerne neu entdecken sollte. Hat ein bisschen Liebe verdient. Hat sich gelohnt, ja. Und jetzt werden auch die DVD-Verkäufe bei Trigon-Film plötzlich in die Höhe schießen. Ja. Wir trudeln ein wenig aus. Also, ich mache sozusagen nochmal hier, mein Fazit ist, ähm, ich hatte so eine gewisse Erwartungshaltung, nee, ich weiß gar nicht, ob ich so eine großartige Erwartungshaltung hatte, so rum tatsächlich. Ähm, hatte schon gedacht, okay, wird wahrscheinlich viel in der Natur spielen, und, ähm, das tat es dann auch. Äh, ja, aber er, ohne dass ich genau sagen kann, liegt es jetzt am Regisseur, weil er halt so ein cooler Typ ist, ist es wieder die, dieses Zusammenspiel aus allen möglichen Gewerken, ist es die Geschichte, ist es die Darsteller, ist es einfach die Natur, wie sie eingefangen wird, ähm, aber das, was ich eben so meinte, dass vieles wirkt auch ein bisschen klischee, oder mindestens in Ansätzen klischeehaft, und, oder bekannt und vertraut, aber wie es eben gemacht ist, das, äh, das zieht mich dann doch in den Bann, äh, und doch ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte, äh, deswegen, also ich hatte da viel Freude, und es war jetzt auch gerade, ähm, arbeitstechnisch ein relativ langes Wochenende, bei uns läuft derzeit, äh, the zone of interest, ähm, nicht mehr im ganz großen Kleinsaal, ähm, immer ausverkauft gewesen, deswegen, ähm, war da immer ganz schön viel los, und wenn man dann so um, zehn, halb elf nach Hause kommt abends, und sich dann sagt, okay, jetzt gucke ich noch hier diese zwei, zweieinhalb Stunden, äh, dann ist das nicht unbedingt so, dass ich bei jedem Film wahrscheinlich mühelos durchgehalten hätte, oder vielleicht mal irgendwann necknickt wäre, aber der hat es, äh, hinbekommen, mich in die Nacht zu begleiten. Finde, das ist tatsächlich ein schöner Ausgleich, aber zu dem, doch recht schweren, ähm, zone of interest, den ich übrigens sehr gut finde. Ja, das, äh, also, ja, mal gucken, wie, bis wann ich diese Folge, äh, fertig gemacht habe, vielleicht läuft der bei euch irgendwo noch in der Gegend, kein einfacher Film, aber, ähm, ich fand, den fand ich auch sehr interessant, und das klingt jetzt wieder so, so langweilig, interessant als Begriff, aber, ähm, sehenswert, so, ja, ähm, genau. Ja, das war der so Usala, ähm, Basti, wo kann man dich denn in diesem Internet finden, beziehungsweise, äh, in der Folgenbeschreibung gibt es wahrscheinlich mehr als genug Links, äh, zumindest auf der Webseite, ähm, da gibt es dann auch den Weg zu den Nostromo-Gesprächen, ähm, genau, Social-Mediamäßig war ich, äh, mit Wiedererführung sehr inaktiv, ähm, ich habe auch für den Manchurian-Candidate noch gar nicht den Instagram-Beitrag gemacht, oh, oh, muss ich auch mal nachholen, ähm, und was ich aber sagen kann, ist, dass ich es jetzt endlich irgendwann mal machen will, die Tage, mich selbst, und damit dann auch den Wiedererführungs-Account bei X abzumelden, und ich privat bin schon bei Blue Sky, und würde dann versuchen, da auch mal einen Wiedererführungs-Account zu erstellen, treue Ohren wissen, es ist aktuell nicht so viel los hier, was neue Folgen angeht, aber, ähm, anschreiben und so, und erreichen kann man uns trotzdem, auch die ganzen Kommentare, die, äh, jetzt habe ich seinen Namen natürlich nicht auf dem Schirm, deswegen mache ich das nochmal schnell live, hier während der Aufnahme, ich habe irgendwie Nestroi im Kopf, ja doch, Nestroi, der sehr viel und sehr ausgiebig, äh, in den letzten Monaten, äh, kommentiert hat auf unserer Webseite, die Kommentare sind alle gelesen, und ich bin mir sicher, er hört hier auch irgendwann mal rein, äh, ich schiebe das nur viel zu oft vor mir her, und sage mir, ah, jetzt habe ich gerade nicht so viel Zeit, das mal ordentlich zu machen, und so, ähm, es wird alles wahrgenommen, äh, es dauert nur seine Zeit, äh, äh, ja, und es gibt ja viele tolle andere Podcasts, äh, da draußen, unter anderem die Nostromo-Gespräche, wo auch alte und ältere Filme besprochen werden, also, ähm, der, der Hörstoff dürfte nie ausgehen, auch wenn das hier aktuell eben, was ist jetzt aktuell, jetzt seit geraumer Zeit schon sehr übersichtlich ist, was neue, äh, Episoden angeht. Ähm, je nachdem, wann diese Folge veröffentlicht wird, ähm, feiern wir unser fünfjähriges, und gleichzeitig unsere hundertste Folge Nostromo-Gespräche, ähm, also, da könnt ihr gerne reinhören, das wird selbstverständlich, selbstverständlich wird das ein Ehenfilm sein, ähm, wie es der Name hergibt, wir werden dann da, ähm, über Ehen 3 geredet haben, werden, ähm, wenn das die richtige Formulierung ist, ähm, und, ähm, vorher gibt es noch, ähm, Folge 99, ähm, einen Coen Brothers Film, einen der besten, wie ich finde, später dann aber mehr, also klickt da mal hier auf die Nostromo-Gespräche. Ja, ich sehe gerade, äh, 22. März 2014 war unsere erste reguläre Folge, ähm, die kam sie raus, und am 16. März 2015 war unsere Nullnummer, also wir sind jetzt gerade so bei knapp zehn Jahre Wiederaufführung hier gelandet, äh, und, äh, so ein Glückwunsch. Ja, danke dafür. Danke, du hast auch einen entscheidenden Teil dazu jetzt mit beigetragen, was gerade die, die letzten, äh, die letzte Zeit angeht. Genau. Ja, ähm, ich hoffe natürlich, dass auch die Nostromo-Gespräche noch viele weitere Jahre geben wird, äh, euch dann auch schon eine schöne Feier. Ähm, danke. Und, äh, ja, wann und wie es hier weitergeht mit Folge 191 und oder anderen Sachen, das hört ihr, wenn ihr dann immer mal regelmäßig den Feed aktualisiert oder auf die Webseite schaut. Äh, ich hau noch raus, dass, ähm, falls man das jetzt eben relativ nahe zu der hoffentlich bald stattfindenden Veröffentlichung hört, ähm, ich arbeite ja weiterhin im Lichtspieltheater Wundervoll, auch da mache ich jetzt die zehn Jahre voll Anfang April. Und, äh, in der Schatzkiste gibt es, dann, äh, den 1979er Film aus Australien, Mad Max. Da haben die vor 45 Jahren einfach irgendeine komischen Autos auf die Straße gestellt, sind damit umhergefahren und haben sich die Köpfe eingeschlagen. Da gucken wir mal, was da so los war vor 45 Jahren. Ob es dazu eine Podcast-Folge geben wird, das, äh, kann ich noch nicht vorhersagen. Ähm, aber das vielleicht so, wer in Rostock ist oder Umgebung kann im April, äh, die genauen Daten habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, Mitte April haben wir den S-Spätfilm mit dabei im Lichtspieltheater Wundervoll in der Frida 23, Mad Max. Und, ja, in diesem Sinne, Basti, schön, dass du wieder hier warst. Gerne. Du Co-Moderator. Ja, haltet die Ohren steif da draußen, ähm, viel Spaß beim Filme entdecken und vielleicht ja auch dann mit der so Usala. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. 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 Vielen Dank.